Oioioi, Immobilie, oh Gott, neuer. Nichts denn nichts. Ja, mein Gott, was ist das denn? Wo köpft er den denn? Herzlich willkommen zur FIFA-Prognose. Es ist der zehnte Spieltag. Es ist, äh, ja, das vermeintliche Spitzenspiel. Bayern. Gespielt von Fabi und Dortmund gespielt von mir. Ja, wir können mal anfangen. Ich habe vorhin schon, äh, ich spiele mal in gelb. Ich habe vorhin schon, ähm, eben das Ganze im Teammanagement gemacht. Also ich spiele jetzt hier 4-1-4-1. Das haben die Dortmund da im Pokal auch gespielt. Allerdings rechts mit Aubameyang und links mit Reus. Also Großkreuz sitzt bei mir, äh, auf der Bank. Der war ja im Pokal links. Äh, also sagt zumindest Transfermarkt. Die, äh, hey. Ähm. Wir müssen es wissen. Und Gündo an spielt, äh, ZDM. Und Immobile vorne drin. Also von daher. Ja. Und Weidenfeller ist wieder im Tor bei mir. War er im Pokal ja nicht. Aber wo man mal sagen muss, Weidenfeller ist ja, äh, nicht mehr so sicher. Also, äh, es gab jetzt... Der Langer-Rack ist nicht so schlecht. Ja, aber Weidenfeller hat sich einige Dinge geleistet, äh, in letzter Zeit. Also irgendwie mal so, äh, wie so ein Kung-Fu-Kämpfer mal, äh, zum Ball hin springt. Oder, ähm, beim... Wie lange habe ich noch Zeit? Äh, vier Sekunden. Äh, bei welchem Spiel waren das? Das war... Das war bei... Beim Champions-League-Spiel in, äh, Istanbul. Ja. Wo er auch mal so zum Ball hingesprungen ist und der dann irgendwie so komisch zur Ecke, äh, rausgeprallt ist. Also, das war auch ein bisschen komisch. Ja gut, ich meine, irgendeinen Verantwortlichen muss man ja haben für den 15 Platz, ne? Und wenn es nicht schon wie in der Fallschule, wenn es keine Politik ist, dann macht man halt den Weidenfeller dafür verantwortlich. Würde ich auch so machen. Ne, ich habe ja nicht gesagt, dass der Weidenfeller dafür verantwortlich ist. Ja, aber Dortmund macht ihn anscheinend dafür verantwortlich. Naja. Äh, so. Ja, apropos Dortmund, die haben in Hannover verloren. Da hat Hummels dann ja auch ein bisschen, äh... Alter! Alter, was? Was ist das für die Kamera? Weiß ich nicht. Alter, scheiße! Was habe ich da für die Kamera? Oh, fuck, das muss ich umstellen. David, ah, fuck! Das muss ich umstellen. Ich wollte mich nicht dabei lassen, äh, im Ball kommen lassen. Alter, was ist da denn los? Spieleinstellungen. Ja, was ist das? Spieleinstellungen. Einzel-Multiplayer-Kamera. Übertragung. Tele. Offline-Bear-Pro. Einzel-Spie... Äh, Gott, ich hoffe, das ist jetzt... Ich glaube, Tele ist die richtige... Ne, Tele war sie ja gerade. Achso, ne, ne, dann... Ach, ne, Tele ist von ganz oben, gell? Ne, Übertragung, Tele hat was, aber irgendwie... Die Kamera ist immer noch nicht richtig eingestellt. So eine Scheiße. Was ist das denn? Okay, da müsste er in dieser Folge jetzt mit dieser... erschwerten, äh... Bedingungen zurechtkommen. Aber warum, du kannst in einer Nummer umstellen, wenn du willst. Ja, ja. Ne, es ist wohl, ach, du Scheiße. Uff! Die war optimistisch, die Flanke. Oh, Immobile. Oder Immobile. Alter, der Orban Younger, die Pläser, oder... Wir haben das Spiel Dortmund gegen St. Pauli gesehen, ne? Wir haben alle so für St. Pauli gefilmt. Ja, äh, ich auch. Ich hätte, ich hätte mich so kaputt gelacht, hätten die die rausgeschossen, ne? Ja, Leverkusen gegen Magdeburg, ne? Alter! Boah, ich hab mich schon so gefreut, als die den entscheidenden Elfmeter hatten. Die Magdeburger, am Ende, und dann verhaut er den. Ja. Weil sowas, weil sowas freu ich mich, warum die den nicht, äh, warum der den nicht einfach in die Mitte, mit Vollspann in die Mitte schießt. Der, da bleibt doch eigentlich kein Torwart beim Elfmeterschießen in der Mitte stehen. Ich hab ihn auch schon oft gefragt, weil, ah, ich hab eigentlich noch nie einen Elfmeter gesehen, wo der Torwart stehen bleibt, einfach. Oh, Neuern. David fiebert bei mir, bitte. Ah, so was, ich, oi. Ah, der war nicht gut. Genuan. Kaigawa. Er kann nix. Ah, Mkhitaryan. Ja, was ist das denn? Nein, Gott. Man muss ja sozusagen, mir fehlen die ganzen Neuen. Also, mein Team ist natürlich noch mal viel stärker. Exabi im Mittelfeld. Also, der ist sogar vielverdichtig gut, ne? Ich hab den letzten Mal aus, der schon echt hart. Ah, der steht in der Aufsatz. Ah, Foy, was machst du denn mit den Interviews? Ja, da bin ich wieder, ich. Ja, natürlich, bis es zu, deine Stimme hat vorgelegt. Ja. Na, jetzt ist es aber, der Wurm drin. Ja, ich hab mich, ich hab nur nicht gedrückt, ich hab mich, guck, guck. Ja, du. Warte, Gott. Ja, ich kann jetzt auch nichts bewusst werden, denn das ist halt einfach so. Na, wenn wir mal Spaß haben. So, auf einen Fall, da sind wir ganz weit nach vorne. Ja, warte vielleicht mal kurz. Du bist auch so witzvoll, ne? Ich versuche, wie ihr seht, der kann schon weitermachen. Ne, ich bin gerade an der Kamera dran. Übertragung, Tele. Also. Standard, Kamera, Höhe, Kamera, Zoom. Hey, das sollte endlich... Hm. Hm. So. Ich wär' immer noch dafür, dass wir einfach mal die scheiße, also dass wir einfach mal nicht mehr hernehmen. ja ich müsste mir Prozent auch hochgegeben weil ich müsste auch nur die FTS suchen und die ist so ja ich nur noch und dann kann er da in den großen ich will dazu ein wo ist ein paar Minuten auf einem der Kuchen und er hat kurz für eine halbe Stunde drauf zu sehen das sind die zwei Prozent wird sehen Nein! Oh! Gut war er, gut war er. Er hat mit Pokal nicht spielen dürfen. Das ist jetzt schlecht. Kann aber auch Gottes willen. Hast du gut gemacht, David. Schon versagt. Die EA-Prognose, also EA lässt er mal den Computer gegeneinander spielen, hat Bayern Dortmund 3-1 für Dortmund gespielt. Wie sie das geschafft haben, weiß ich auch nicht. Was? Wie viele Sachen sind denn da wirklich zufällig? Keine Ahnung, die lassen halt einfach die Dortmunder und die Bayern-Mannschaft jeweils vom Computer gesteuert gegeneinander spielen. Aha. Ja, da sieht man ja wieder wie... Immobilie? Oh Gott! Da sieht man ja eigentlich mal wieder, wie unreal vielfach er ist. Ich meine, das kann ja trotzdem passieren, aber... Ja, natürlich. Also so ist es nicht. Hm. Aber das ist halt jetzt nicht so scheinlich zu ihm, ehrlich zu sein. Hast du schon die Quoten gesehen? Das ist nicht sehr, äh. Oh, ey, ey, ey. Oh, ey, ey, oh, ey! Immobilie! Oh Gott, neuer! Nicht ständig! Ja, mein Gott! Was ist das denn? Wo köpft er den denn in? Ja, guck, der ist einfach kacke, warum kauft man so einen Spieler für so viel Geld, ey? Was ist los bei dem, ey? Was ist los bei dem, ey? Was willst du mit Quoten? Ähm. Quote für einen Dortmund-Sieg. liegt bei 6,8 äh 6,5 Dortmund ist der größte Außenseiter an diesem Spieltag keiner hat so schlechte Wettel wie Dortmund das heißt was ey das musst du dir erstmal geben die haben vor 3 Jahren im Champions League Finale gespielt die Menschen Romian immer noch bei uns Fischeck ist durch dass wir hier hingetrippelt das gibt es nicht so auf den Märkten machst du da muss man hier zu spielen nein ja Gott ja das wird der Korn aus dem Sao das war das Leben auf die Gruppe ich kann nicht so gut sogar das Club das Ding erst mal weg und mann es sei noch voll schwer wenn wir nicht rauskommt oder Gottes Willen nicht bei den Importen oder so Oh, Sante legt sich erstmal auf die Fresse. Okay, halt hin. Scheiße. Oh, wer, wer. Alter, wer. Oh, da ist Immobile. Wie ist der Passe? Das ist bitte schon durchgekommen. Immobile. Mein Gottes, mein Gott. Den lasse ich beim nächsten Mal einfach schießen. Was? Den verteid ich mich gar nicht mehr. Ja, aber das schon auch alles andere optimal zum Ball. Und jetzt wurde es drin. Ja, hier faul, ich will die. Faul. Ja, ich muss gehalten haben. Alter. Nein. Ich weiß, dass das hier wird angekloppt. Spitzsch. Spitzsch. Das schick. Gott, das muss mir sein geben. Was ist falsch geworden? Nein, ich habe gerade gepasst. Bei aller Wahl auch geiles Toll geschossen. Alter, das war so geil. Gegen Hamburg. Die Flugbahn einfach. Ja, aber trotzdem hätte man ihn halten können. Und Westermann, nach sechs Minuten haut er schon mal so ein Ding raus. Oh, das war echt. Also, ich habe mich schon gefragt, ob das sehr erste Liga spielt, weil ich weiß ja nicht. Ja, das geht das. Oh. Ja, vor allem dann so einen Luschenball. Also, ich meine, der ist einfach hungert auf halber Strecke. Ja. Nein, bringt er seinen Fuß noch dazwischen. Wo, wo? Ja. Ja, ist klar, Schiedsrichter. Halbzeit, oder? Ja. Halt. Alter, weißt du, das hätte ich schon mal machen können. Jetzt machen können, ja. Klare Vorteile für mich hier. Ah, scheiße. Immobile schießt zwar die ganze Zeit am Kasten vorbei, aber es sind wenigstens Schüsse. Ja, krass, noch ein paar, zehn oder 15 Schüsse haben es mir scheiße. Ja, jetzt aber, hey, runter. Alter, Ribery, dann gehen wir doch nicht so rein. Nein. Ribery, boah, der ist der von dem einen Hamburger Fang schlagen, man. Der wollte ihn fast zusammen kloppen, ich habe so sein Gesicht einfach ribery. Ja, wie der Winterher ist. So ungefähr, du stirbst, ja. Was? Achso, da steht ja, nein. Ja, was denn? Wir müssen kurz Pause machen, ja. Ganz kurz unterbrechen. Ja. Wir können weiterspielen. Was war denn jetzt? Meine Wahl hat einen Zettel unter der Tür durchgeschoben, was wir essen, also ob wir das Essen was ausgemacht haben. Scheiße. Ich habe dann noch ja geschrieben. So, meinst. Oh, Gott, das wollen legte sich. Alter, hast du einen Neuer gesehen? Alter, was machst du vor? Da habe ich gerade nicht hingehuckt. Was hat denn der gemacht eigentlich? Der hat, äh, der hat, ähm, den Ball außerhalb des 16ers angenommen und hat dann zum Dribbeln angefangen. Oh, Mkhitaryan! Oh, Gott. Nein, dann legt er sich nicht so weit vor, dann war ich im Sprint. Ja, aber der war, der war ja schon fast an der Mittellinie, wo der es gedribbelt hat. Ja, eigentlich schon. Und wenn Holpi da den Fuß hinkriegt, dann ist es vorbei. Ja, du kannst, du hörst den Kommentator sehr gut zu. Hast du gut gemacht, David. Ich weiß, ich kenne es mal auswendig. Das hat das leider nicht so genau gesehen, um ehrlich zu sein. Äh, äh, Leute. Was für eine merkwürdige Ecke, weiß noch nicht. Ach, Korn, jetzt, Mann. Dann bin ich halt auch wieder kreativ. Ja, okay. Oh, der wäre ja nur gewesen, ey. So, Reus. Jetzt aber. Ja, genau. Hm, der Immobilie, der kommt jetzt raus. Jetzt muss der Ramos rein. Der Immobilie zerreißt nichts. Oh, du Scheiße. Der war gut, der war gut, der war wunderschön. Nein. Oh, Pistik. Der Fall rückt sie. Ich wusste, der war da jetzt so viel hin, das falsch. Kann der nicht irgendwie schön? Ach, Gott, Scheiße. Boah, knapp. Knapp ist der. So. Immobilie. Mal schauen. Schafft man ja. Der war scheiße, er war richtig scheiße. Oh, Gott. Gegen, gegen. Gegen, gegen. Gut. So, Obermehrung. Ach, du Scheiße. Ja, der war fast im Nehmen. Kannst du mal Pause machen? Ja, danke. Was? Ja, jetzt. Ja, was? Problem oder was? Ja, mit deinem Timing. So, Immobilie kommt mal raus hier. So. Ansonsten. Vegetarier, den habe ich überhaupt nicht gesehen irgendwie. So. Großkreuz ist jetzt links, Mittelfeld. Ja, jetzt reißt du eh wieder nichts. Jetzt mache ich dich fertig. Robben, 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 immer noch Robben. Robben, Robben. Das ist Robben. Jetzt ist du hier Robben. Das ist so gratis. Ja. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Ach, du Scheiße, was war das denn? Du bist halt auch so kreativ wie eine Gurke, oder? Alter, das ist so gratis. Das Spiel ist halt echt richtig gammelig, ey. Aber so richtig. Oh, Robben. Großkreuz. Ja, genau. Schiebung. Da teift doch wieder der Hummus. Nein. Oh Gott, geh halt. Was? Ja, genau. Oh. Hm. Du. Oh. Aus. Abseits. Ach so. Aus. Dachtest schon. Dachtest schon, ey, das ging so ein bisschen schnell hier. Stimmt jetzt aus. 70, ey, es kam mal irgendein Schiedsrichter, der hat nach 30 Minuten hat der zur Halbzeit gepfiffen. Was? Der war besoffen. Ah, ja, davon habe ich schon gesagt. Der hat vorher gebächert, und dann nach 30 Minuten, ja, das ist nur Halbzeit. Ja, der hat sich gedacht, da muss ich nachfilmen, sonst werde ich nur nüchter. Ja. Halbzeit. Oh Gott, war der Scheiße. Der ist ausgegangen. Ernsthaft? Ja. Oh. Was? Ja, der ist so fast knapp. Dein Bildschirm ist ausgegangen. Ja, jetzt geht er wieder. Der war gerade gut aus. Boah, da muss ich. Der hat geflimmert, oder war es einfach? Hehehe. Das ist aber... Kommt der aus Dortmund? Der Bildschirm? Ja. Ja, das kann gut sein, ne? Oi. Oi, 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 oi. Nein, was? Rehberi, was bist du für ein? Oje. Obermehrang auch. Ja, gratulation, Alava, ey. Altei, Dante. Oh, Ramos, tank dich da. Durch, Scheiße. Lass tanken. Durchtanken. Durchtanken. Einmal volltanken, bitte. Nein, nicht volltanken, durchtanken. Ohne. Geh? So, Piss, check. Oh, Großkreuz. Den kann er nicht. Die Kraken in Zufnung. Nein, ich meine nicht, Großkreuz. Das ist da, die war schon. Oh Gott, Subotic. Subotic. Oh Gott. Oh Gott. No, ja gut, ey. Du bist echt mein Gott. Vobi schwimmt. Niemand schwimmt. Du gehst echt bad, mein Freund. Und ich habe keinen Linksfuß, wollte mich verarschen. Weidenfaller bei Linksfuß, ja klar. Schießt in Weidenfall, die Ecken nachdem war scheiße. Oh ja, Gott, ich bin mir gelten. Oh nein, das war... Oh nein, das war... Oh nein, das war... Das war vielleicht die falsche Daste. Ein paar Minuten sind nur noch zu spielen, liebe Zuschauer. Und das ist noch alles drin. Und das ist noch alles drin. Und das ist noch alles drin. Oh, da ist Ramos. Da ist ein Zerrl in der Aubermian und das ist 1-0. Er kennt doch nicht mal seine Spieler hier. Ja, die sehen beide gleich aus. Fabi, du musst jetzt was tun. Ja, die sind beide schwarz oder was? Du musst jetzt was tun. Ja, Fabi, ich habe doch gesagt, du sollst kein Tor schießen, du Lass. Ja, natürlich. Wenn du wieder nicht auf mich hörst, kann ich es auch nicht mehr ändern. Wenn du wieder so scheiße spielst, ey. Wenn du auch noch mit Klappen hast, naja, gut, nicht so scheiße gespielt gegen Hannover. Ja, da hast du zwei Chancen, zwei Dore gemacht. Und nicht so was wieder. Ja, aber... Ich habe hier in FIFA genau die gleiche Chancenverwertung wie Dortmund in echt. Das ist eigentlich das Traurige. Das ist allerdings. Und ich habe ungefähr so die Chancen rausgespielt wie Hamburg gestern. Jetzt, ach komm! Wie bist du da jetzt hingegangen, ne Vollidiot? Ja, ich... Warum bin ich denn wohl hingegangen? Ja, ehrlich jetzt, warum? Ach Gott, Großkreuz! Sollte eigentlich ein richtiger, schöner Pass in die Mitte wäre, Mürten. Den kann er nicht. Ja, den kann Müller tatsächlich nicht. Ich dachte, der soll ein Weidenvöller. Ja, Gott, das... Bloß Pfosten! Da kriegt man schon Ball und dann stoppt ihn, ne Vollidiotik, so kacke an, ehrlich, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, Alaba. Was für ein... Nicht, das war alles verkehrt. Alter, nein, ich bin von mal zu genannt. Oh nein! Was? Was war das denn? Das war nur ganz leicht draufgedeckt. Das ist kein Schreiben. Was war das denn jetzt? Ach, Gott, das ist... Das kommt von den Spielern, die nicht mehr über Bayern spielen, ne? Unglaublich. Selber schuld, wenn du die Mannschaften nicht änderst. Ja, aber ich habe ja keine Zeit für sowas. Wenn du einen ganzen Tag daheimst, der scheißweg wackelhaftest. Wenn du ganz daheimst, ist du vor dich im Punkt, das ist ja schön. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Nach Gottes Willen. Ja, mein Gott! Marien! Marien! Jawohl! Alter, Weidenfäller, willst du mich verarschen? Gut, damit hast du noch mal gut hingebogen. Das war... Das war jetzt ein echter Weidenfäller. Oh, ist das schön! Alter! Hey, wenn er dich überschossen hätte, dann wäre ich einfach... Keine Ahnung. Ja, Gott, ich höre mal noch auf. Arie, Rüeberi! Rüeberi! Was? Ja. Ich hätte jetzt noch ein Tor geschossen. Naja. Morgens Weihnachten. Nein, aber ich hätte da wirklich noch ein Tor geschossen können. Ich habe mal zugeschossen von mir drin. Alter, nein, mein Gott, Mann. Naja. Naja, so wird das Spiel hoffentlich nicht ausgehen. Ich glaube, dass Bayern schon gewinnen. Ja. Hoffe ich. Auch gut. Und wenn nicht, dann ist es alles schieb und umdruck. 15 Schüsse. Hm? Ein Tor. Ja, bist du halt einfach scheiße. Sag mal was, wie es ist. Das liegt nicht an mir, das liegt am Dortmund. Okay. Ja, gut, das lasse ich diesmal sogar gar nicht ausgehen. Ja. Heute lasse ich es mal gar nicht ausgehen. Okay. Das ist also unsere Prognose für den zehnten Spieltag 1 zu 1. Wir sind gespannt, ob das so eintritt. Ich glaube nicht. Wir werden es sehen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.